Und das ist das Ende, der Kampf ist vorbei. Diese letzte Gerade, mit der er den Kampf beendet hat, war absolut überragend. Er hat sie fast ansatzlos und mit einer unglaublichen Härte geschlagen. Schauen wir uns die Wiederholung an. Mit einem herrlichen K.O. holt er sich also am Ende den Sieg in diesem Kampf. Geben.